Hallo, das ist das vierte Mal, dass ich mittlerweile hier bin. Wir waren 23 hier. Wir waren 23 hier zur Linen Queen, die ich auch sehr geschätzt habe. Jetzt das 2024. Für mich ist es so, dass ich die ganzen Vorträge immer noch sehr genieße, aber mehr ins Netzwerken komme, weil man jetzt auf einmal jeden Jahr in der LTC kennt und mit ihm anschließen kann und neue Projekte aushecken kann. Super Event! Untertitelung. BR 2018